ein bisschen lecker fleisch brutzeln ja 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 und sonst leute gibt's was neues erzählt mal schreibt in die kommentare was habt ihr heute denn so erlebt was feines was gutes was schlechtes also mein tag war eigentlich ganz easy nichts besonderes ist vorgekommen das ist noch mal der tag was man so macht ne aufstehen frühstücken arbeiten gehen nach hause kommen wieder ein bisschen was essen Augenblick entspannen und dann mal kurz Minecraft zacken das war auch schon mein tag also nichts besonderes ich glaube jetzt wird's dunkel draußen oder? ich habe immer so ne angst dass es dunkel draußen wird dass die Viecher gleich von oben runter kommen man hast du mich erschrocken muss so laut kaputt gehen hier kann sich leise einfach leise kaputt aber nein er muss ja so einen krach machen hier ich weiß jetzt nicht wie viel steile wir brauchen wie viel haben wir denn jetzt schon? muss ja mal nachgucken also ein bisschen was brauchen wir schon also ein bisschen was brauchen wir schon ich dachte wir finden vielleicht noch ein bisschen Kohle wenn wir uns da rumgraben aber nein Kohle gibt's nicht Kohle gibt's nur für besondere Leute hier ne für Superheroes das war ne Kuh glaub ich ja die mal kurz durch die Nase geschnauft hat ich würde mal sagen das reicht erstmal jetzt gehen wir erstmal wieder schnell schnell raus hier ja lässt mich voraus dann machen wir's anders so so kommen wir auch raus ja ist noch hell die Sorgen waren ganz unbegründet die Sorgen waren ganz unbegründet so da waren die Kühe ein bisschen Glas brauchen wir noch und da geht die Sonne unter wie gut das ich raus gekommen bin na jetzt wird dunkel Jungs na endlich oh Gutsnächtle und da sind wir auch schon wieder das ging ja fix hier wenn man so einen realen ausschlafen könnte zack und bumms ist es hell na gut wahrscheinlich werden wir auch viel Zeit verloren verlieren dadurch ne und schneller alter werden als wir was wir nicht wollen ne also ein bisschen Zeit wollen wir noch genießen dass die Zeit dauern die läuft schon so schnell genug ab da brauchen wir nicht noch noch ein Time Flasch noch ein Time Flasch sooo ein bisschen Glas brauchen wir zur Not kann ich ja auch mit Holz brutzeln zur Not kann ich ja auch mit Holz brutzeln müssen noch ab gut ist ja das wir uns ne Schaufel gemacht haben das gerät wie fix hier mit der Schaufel Na hier ist natürlich kaputt Ach hier Sand kann man auch so mit der Hand ganz schnell abbauen Den Strandsand hier So wieder raus hier Zack Achja hier ein paar Greifen die nochmal hier Komm ich dann nicht drauf Getreide oder was ist denn das? So ein paar Samen sind das hier So Pflanzen Damit wir Getreide kriegen So ein Brot backen Los hier gib ein paar Samen her Hier Ein paar Getreide Samen Was man sich alles besorgen muss Wann man überleben will Hier kriegen wir alles vom Arsch geschoben Brauchen wir nur einkaufen gehen Haben gleich eine Hütte und alles können wir uns kaufen Und hier müssen wir alles selber machen Da sieht man wie hart es eigentlich sein könnte So gehen wir mal hier entlang Sieht es aus mit Steinen Na ja so viele haben wir auch nicht ne Hätten noch ein paar mehr sein können Oder wir gehen nochmal ganz kurz eben runter und bauen auch noch ein paar mehr ab Ich hab gedacht ey wir haben schon viel mehr Dann baue ich so lange ab bis die drei Spitzhacken hier kaputt sind von Holz Und dann fangen wir auch an ein Haus zu bauen Dann müsst ihr euch dieses Elend nicht mehr antun hier Anschauen wie ich abbaue Na ach wir müssen spüren diese Musik mal wieder Ding 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 Das ist echt die alte Zelda Mocke von früher, oder? Oder täusche ich mich da? Wie früher Zelda gezockt hat, da kam die Mocke auch immer. Die ist schön entspannt. Ich kann mal so richtig schön von Alltag abschalten. Was ist ne Dungeon hier in der Nähe? Alter, mach mir nicht wahnsinnig hier. Ich dachte, was ist das denn hier zum Geräusch? Da hört man diese schöne Musik im Hintergrund und dann kommt dieses... EGGERAT, EGGERAT, du. Was tust du mir an? Oh, ein bisschen Hilti noch. Ein bisschen müsst ihr noch aushalten. Ist aber auch eintönig, ne? Kann man die nicht so bei Minecraft so Maschinen bauen, die das für einen übernehmen, dieses Abbauen hier? So kleine Roboter oder was? Das ist ja echt mühselig hier, Steine abzukloppen. Da weiß ich, was man den ganzen Tag getan hat hier, ne? Was hast du denn gestern so erlebt bei Minecraft? Oh, ich hab den ganzen Tag hier Steine abgekloppt. Hat richtig Spaß gemacht. So, hab ich noch eine. Ja, die behalten wir aber noch. So, hab ich noch eine. Ja, die behalten wir aber noch. Vielleicht entdecken wir irgendwo. Da hinten ist auch noch Stein. Wo vielleicht ein paar Fackeln, also ein bisschen Kohle gibt. Kohle, Kohle. Hier ist schon mal Lava. Hier ist Lava. Kakaobohnen sind da vorne. Ah, das ist Huhn, ey. Ich dachte, was flattert denn da hinten rum? Hier sieht es auch schon ganz geil aus, ne? Bambus. Die brauchen wir doch für Papier, ne? Ne, Zuckerrohr ist das. Zuckerrohr und noch ein Ei. Das nehmen wir auch mit. Wo finden wir jetzt noch coole? Sonst habe ich... Krieg ich mir eine Hütte bauen, aber hab kein Licht drin, ne? Und dann spawnen die Viecher bei mir. Das wollte ich unbedingt nicht, dass sie bei mir spawnen. In der Hütte. Zuckerrohr nehmen wir nochmal mit hier. Ein paar Blumen vielleicht. Nehmen wir mal die Hütte gebaut oder wir pflücken schon Blumen hier. Unglaublich. Und hier ist schon die Wüste. Wie ich sehe. Und eine Wüste wollte ich eigentlich nicht bauen. Also ich wollte schon ein bisschen Grünfläche haben. Hmm. Kurze Erfrischung mal eben kurz nehmen hier. Jetzt müssen wir nur einen Platz finden. Einen schönen Platz. Oh. Stein. Ich sehe Stein. Nein. Da könnte vielleicht irgendwo Kohle sein. Ah. Hier mit Sandsteinen hier. So was können wir auch ein Haus bauen, ne? Das würde auch ganz geil aussehen. Hmm. Jetzt habe ich schon hier die Pflastersteine abgebaut. Und ich könnte immer noch sagen. Kohle. Ich sehe Kohle. Ist das nicht mal. Endlich mal Glück, dass wir haben. Endlich mal Glück hier. Kohle. Gut. Ist natürlich hier so ein riesen Krater. Wo man reinfallen könnte. Aber wir haben. Kohle. Das ist wichtig. Auf jeden Fall. Kohle abbauen. Das heißt wir haben ein paar Fackeln. Wir haben Licht Leute. Wir haben Licht. Ja. Ja. Gibt es mir los hier. Ja. Und dann natürlich so viel. Dann ist auch noch was. Hm. Das heißt wir müssen uns wieder rüber bauen. Hacke. Du gehst ja so nicht. Ist kaputt, ne? Bis da hinten musst du noch durchhalten. Na. Wird es dunkel? Nee, ne. Das wird doch nicht dunkel jetzt, oder? Ich teste mal. Doch. Es wird dunkel. Ich hab's geahnt. Hab's. Hab ich's geahnt? Ich wusste es. Beinah. Wenn dir ein Zombie Viecher gespawnt. Ah. Mein Instinkt hat mich gerettet. Das hat mich wo mal gerettet. Ja. Jetzt sind wir da. Da.